So Freunde, willkommen zum Kalendervideo. Ich habe es ja versprochen und wir werden uns den jetzt einmal gemeinsam ansehen, auch wenn schon ein paar Tage ins Land gegangen sind. Ja, aber ich hatte leider, woher keine Zeit? Man kennt ja, es ist alles ein bisschen tricky im Moment bei mir, aber wir werden da jetzt mal durchstarten, würde ich sagen. Ich habe mich hier, beziehungsweise da beim Friseur, wurde ich da ein bisschen geschnitten. Also ich bin halt beim Verbluten sozusagen. Gut, okay. Aber würde ich sagen, gucken wir uns das mal an hier. Ja, das ist erstmal erledigt, Season 5. Eteferis, Amose, gucken wir uns nochmal im Wochenrückblick an. Also da keine Panik. So, Hero Liga. Ja, 5. März. Das ist anscheinend noch nicht. Ach doch, wir konnten uns ja registrieren. Also die Heldenliga ist wieder da. Yippie a yey. Das war grober Quatsch, war das. Beim ersten Mal. Mal sehen, wie es jetzt ist. Ja, die Troop Summon war da. Ist auch ausgelaufen. Und wir sind jetzt gerade hier bei den Astral-Elfen, siebte bis elfte. Und bei der Taverne der Legenden. Ja, da haben wir Lazara. Brauchen wir uns jetzt nicht mehr angucken. Ist schon im Spiel drin. Den werden wir uns dann angucken, wenn ich die Taverne mache. Da können wir dann einmal reingucken, was der so kann. Der gute Typ. So, dann geht's weiter. Ab Montag ist dann Atlantis. Sehr schön. Ähm, mit dem... Ich hab ja diese Schnelligkeit da drin, den Speeder. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ein cooles Feature. Äh, da werden wir aber nicht beschwören. Ja, also Atlantis, ähm, lassen wir weg. So, dann haben wir eine Kostümkammer. Hälfte bis vierzehnte. Die wird interessant. Toons. Toons, meine Freunde, ähm, sind, äh, sehr gerne gesehen, tatsächlich. Äh, ich weiß, viele haben die belächelt. Ich hab gesagt, von Anfang an, die Toons werden gut. Und, äh, sie gestalten sich auch als sehr gut. Äh, Toon Dumitia hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also, wird, äh, immer im Grunde das gleiche machen, was die Ursprungsversion macht. Nur halt einen Tacken besser vielleicht noch. Macht mehr Schaden auf Gelb oder sowas. Ne? So, Eulen. Ja, noch nichts bekannt. Ich weiß nicht, gibt's einen aktuelleren Kalender als meinen? Meiner ist jetzt schon vielleicht ein bisschen outdated. Ich weiß es nicht. Ähm, zu den Eulen kann ich jetzt so erstmal nichts sagen. Ich glaube, ich hab aber auch irgendwie noch, wenn dann nur ganz von, von Alther irgendwo welche. Aber so an sich fällt mir jetzt gerade keine ein, äh, die ich im Kopf hab, die hier drin sein könnte. Also, lassen wir uns da mal so ein bisschen überraschen. Ähm, dann haben wir Valhalla. Erstmal nichts Neues, ist nur zum Farmen da. So, und dann wird's interessant. Dann kommen Goblins und das saisonale Event Spring Whale. Gut, wir haben hier Fiskol, also Sprühregen und Rocket. So, was kann Rocket? Rocket kann, äh, da fängt er an, ist schnell. Da ist er schon mal gut. Ähm, er beschwört einen explosiven Goblin-Feind für das Ziel und nahe Gegner. Also auch für drei. Also, Feind, ne, bei den Gegnern. Der Feind, äh, macht jedes Mal 180% Schaden, also jeden Zug bei seinem Gegner. Ja, und dann der Goblin-Explosive-Fiend absorbiert Heilung und verschwindet, wenn er 20% von dem Besitzer an maximalen Leben, äh, einkassiert hat. Wenn der Feind verschwindet, ähm, wird er noch danach, also, ne, wenn du denkst, du hast ihn jetzt weggeheilt, super Sache. Danach gibt's noch, ähm, ne, warte mal, warte mal. Ne, doch, ist richtig, ist richtig, ja. Ähm, wenn er, also, vielleicht ist das, äh, liegt hier das im, im Detail. Wenn er so viel Heilung absorbiert hat, dass er verschwindet, ja, dann macht er noch 610 Brandschaden über drei Züge. Also, 204, äh, pro Runde. Ähm, ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ihnen jemand, deswegen hab ich grad gezögert, ihnen jemand wie Esme oder, ähm, irgendeiner, der Lakaien entfernt. Oder Omodus macht das, glaub ich, auch von den Eulen, zerstört erst die Lakaien, äh, erst die Feinde. Ich weiß nicht, ob, ähm, 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 zerstört nicht erst die Feinde, ähm, wie ist es denn dann da formuliert? Ähm. Ja, doch, es zerstört die Feinde auf deinen eigenen Leuten, klar, doch. Ähm, da weiß ich nicht, ob das auch zählt oder ob es wirklich im, im Detail liegt, wenn du den, ähm, Feind praktisch wegheilst. So, ne, das, das wird man sehen, das, das weiß ich jetzt so noch nicht. Aber wenn es hier steht, wenn hier steht, dass er, ähm, das mit dem Brand macht, wenn er, nachdem er genug Heilung absorbiert hat, heißt es für mich, wenn er zerstört wird, dass es dann anscheinend nicht zählt. Können wir mal sehen, ja. Also, ähm, ein schneller Goblin, ähm, ist eigentlich immer gut, aber der macht tatsächlich im Verhältnis deutlich weniger als zum Beispiel Pepperflame. Ja, also ist kein direkter Schaden, das ist nur so ein, so ein Goblin, der dann da, so ein Feind, ähm, weiß ich nicht, ob der so geil ist. Das bin ich, bin ich ehrlich, ähm, wäre ich jetzt nicht so drauf gehypt, tatsächlich. Ähm, genau, dann kommen wir zum Spring Whale-Event, ähm, es sind die Osterhelden. Also, wie ich das gesehen habe, hat Archie zum Beispiel auch ein Kostüm gekriegt. Ähm, ist jetzt da nicht abgebildet, deswegen will ich da gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich vermute mal, dass das auch kommt. Wir gucken uns die Neuen an. Das ist einmal das Schweinchen Timothy. Äh, warte mal, wo haben wir das erste Bild? Hier. Ist Mittel. Ähm, verstärkt das Leben aller Verbündeten um 560. Also, äh, verstärktes Leben boostet Health. Ähm, dieses, äh, ja, verstärkte Leben kann die maximalen Lebenspunkte überschreiten, das kennen wir schon alle. Äh, alle Verbündeten kriegen 20% Angriff und jedes Mal zusätzlich 10%, wenn ein Verbündeter ein Special zündet. Und das geht bis zu einem Maximum von 70%. Und das ist, also das, dieser ganze Vorgang ist für drei Züge. Das heißt, du kannst deinen Angriff bis 70% boosten. Ähm, ja, muss halt dementsprechend viele Specials feuern in den drei Runden. Ja. Er selber, Timothy, kriegt minus 20% Defensive für drei Züge. Der Effekt kann nicht gecleant werden. Das kennen wir von den Osterhelden, die geben sich immer einen eigenen Malus. Deswegen sind sie auch nie wirklich so geil gewesen, weil da passiert halt immer was. Man kann das natürlich, äh, umgehen, indem man Helden wie Garnett zum Beispiel mitnimmt, die halt Immunität geben. Sorry. Äh, die Immunität geben. Ähm, wenn man Garnett vorher auslöst, dann ihn macht, dann kann er sich halt nicht den Malus geben. Weil er ja immunisiert ist. Ne? Also von daher, das, was ich aktuell anscheinend nicht bin. Ähm, deswegen, äh, ja, von den Osterhelden bin ich kein großer Freund. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, Jasper im Kostüm. Alle Verbündeten regenerieren 1450 Lebenspunkte über fünf Züge. Das Ding ist aber, ich meine, der ist sowieso langsam, ne? Ja, er ist langsam. Ähm, eher für Rush und dann hast du selbst da nicht so viel Zeit. Also, regeneriert 1450 Leben über fünf Züge. 60% Angriff für fünf Züge. Und 60% kritische Chance für fünf Züge bei den Verbündeten. Und er selber kriegt minus 5% Mana-Generation für fünf Züge. Und das kann nicht gecleanet werden. Also bei dem einen ist es der Defense down. Bei ihm ist es jetzt Mana. Äh, eigentlich war ich nie ein Freund von Jasper. Also, weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Nicht wirklich. So, und dann haben wir noch Miss Ethel, Ethel, wie auch immer, ist Mittel. Macht 600% Schaden auf das Ziel. Also auf einen. Wenn das Ziel mehr als 40% Leben hat, bevor der Schaden kam, ja, dann wird ein weiterer Gegner angepeilt, der über 40% Leben hat und der, jetzt ist hier der Cut im Bild, warte, und dieser bekommt dann auch Schaden. Okay, und dann, ach so, das ist so ein bisschen wie Citrus-Holz. Ähm, da 600 Schaden, dann ist es mehr als, ähm, 40% Leben, bevor er ausgelöst hat, oder bevor sie ausgelöst hat, geht nochmal auf den nächsten. Und, ja, also auf den Zufälligen, der auch über 40% Leben hat. Der Damage wird nach jedem Hit reduziert, wie bei Citrus-Holz, ja. Ähm, und jeder Gegner kann nur einmal gehittet werden. Okay, also ist es im Optimalfall 5 Mal, ne. Und dann kommt wieder der Malus drauf, minus 15% Mana-Regeneration für 3 Züge. Äh, ich weiß nicht, die Osterhelden, ich stehe nicht auf die, ne. Äh, mag vielleicht hier ganz gut sein, ich hab ein ohne Alpha-Ether das Bild, ich weiß nicht, wie krass die Werte sind, aber, ähm, nee. Äh, die saisonalen Münzen sind da jetzt, glaube ich, ähm, kann man da ausgeben, wenn man möchte. Ist aber kein starkes Event. Aber das Sommer-Event, was kommt, ist halt auch nicht so geil, ja. Also ich würde, für die nächsten Events würde ich wahrscheinlich eher für Kalevala aufheben, die Münzen. Wenn man jetzt so einer ist, der nicht so viele Münzen immer, ähm, parat hat, würde ich die, glaube ich, nicht bei Ostern ausgeben. Ähm, bin ich ehrlich. Also, bisher Goblins, ja, ähm, weil generell Goblins halt gut sind, ne. Äh, aber saisonales Event eher nein. So, dann. Äther und Aufstiegsbeschwörung. Okay, von mir aus. Dann haben wir das Challenge-Event. Ähm, die Opernhelden sind wieder da. Und dann gucken wir mal eben, was haben wir da an Opernhelden. Da sind sie, ähm, Odile oder Odil, wie auch immer. Ähm, die Lila-Tante ist schnell. Ähm, verstärktes, äh, verstärktes Leben aller Verbündeten um 475. Okay. Das kann natürlich dann auch wieder den maximalen Lebenspunkt überschreiten, das kennen wir alles schon. So, und dann gibt's den Tanz des dunklen Schwan. Für 4 Züge auf alle Verbündeten. So, alle, äh, vor, vorherigen Statuseffekte werden weggenommen. Wir kennen das Spiel. Den, ne. Ähm, so, was macht sie jetzt im Detail? Das ist das gleiche Bild hier. Ähm, ne, da nicht. Ich muss noch ein Bild zurück. Okay, hier. Ähm, der Tanz. Am Ende jedes zu, äh, äh, nach, äh, am Ende jedes, jeder Runde. Ähm, da, 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 machen die Tänzer, also die, ihre Teammates praktisch, ne? Ist ja so. Ähm, 155% Schaden auf einen zufälligen Gegner und, ähm, boosten ihr Leben um 35% des Damages, den sie gemacht haben. Also, die machen 155% Schaden und von diesem Schaden gehen 35% ab, die dann als Leben auf den jeweiligen, der ausgelöst hat, zurückgehen. Und das ist halt, äh, boosted health, also verstärkte Heilung. Das heißt, die kann auch die maximalen Lebenspunkte überschreiten. Zusätzlich gibt es plus 20% Mana-Generation und, ähm, ja, gibt Immunität für, äh, gegen neue Statuseffekte. Also, ne, wenn, wenn die tanzen und du machst einen Attack-Up für deine eigenen Leute, die tanzen, dann passiert da nichts, weil, äh, der Tanz überschreibt halt alles in dem Fall. Und wenn ein neuer Tanz kommt, also, wenn du dann, äh, Odette auslöst oder sowas, dann wird der Odette-Tanz den Tanz von Odile, ähm, ablösen, in dem Fall. Ja, und der Effekt kann nicht, äh, entfernt werden und wird automatisch entfernt, wenn Odile aber stirbt. Oder halt, wenn er ausläuft, der Effekt. Ja, okay. Ist, ähm, ein typischer Opernheld, wenn ich ehrlich bin. Also, ich finde eigentlich immer noch Odette ganz geil. Aber, ähm, ja, Herman Richard ist, hat sich als sehr stark herausgestellt mittlerweile. Der wäre vielleicht ganz interessant. Wir gucken mal, was wir da noch haben. Dann haben wir den, ähm, grünen. Das ist Daroga. Mönch. Achso, äh, Odile, nur mal eben so nebenbei, ist, äh, Schurke. Also, ganz interessant vielleicht. Ähm, Daroga ist schnell, macht 485% Schaden auf das Ziel. Das Ziel erleidet 1512 Blutungen über drei Züge. Das ist sehr viel. Ja. Der Effekt, äh, breitet sich auch auf, äh, nahe Gegner aus. Also, nahe Verbündete auf der anderen Seite, ne? Also, du triffst ein, machst da, äh, 485% Schaden. Dann kommt 1512 Blutungsschaden noch drauf, der dann auf, äh, die anderen überspringt. Und alle Verbündeten kriegen plus 45% Angriff für vier Züge. Das heißt, er ist ein starker Hitter, der dann noch Blutungsschaden macht. Finde ich gut. Daroga. Finde ich tatsächlich besser als Odile. Und dann haben wir noch McGeery. McGeery ist Mittel. Macht keinen Tanz. Also, Daroga auch keinen Tanz, ne? Und sie macht jetzt auch keinen. Sie ist Paladin. Ähm, säubert die, den letzten negativen Status von allen Verbündeten. Und gibt ihm einen zufälligen Gegner beim gegnerischen Team. Das heißt, Aradia ist beim Gegner. Wir kriegen den Brand von Aradia. Wir machen McGeery an. Und, äh, sie cleant es praktisch bei uns. Und wirft es aber dann, ähm, auf den Gegner, auf zufällige Gegner zurück. Kann sein, dass dann von dem fünfmal Brand, den wir haben, nur zwei drüben brennen. Weil, ähm, die halt doppelt getroffen worden sind. Oder im optimalen Verbrennen sogar alle. Ähm, alle aktiven Status, also negativen Statuseffekte, werden dadurch für den Gegner nicht cleanbar. Ja? Okay. Und, ähm, dauern halt dann die, die restliche Dauer an. Also, wenn jetzt, äh, ein Brandschaden kommt, der fünf Züge ist. Ähm, bei uns hat er schon einen Zug hinter sich. Das heißt, da steht dann eine Vier. Sie kommt dann, löst aus. Werfen wir das auf den Gegner zurück. Die für die vier Züge. Und der Gegner selber kann das nicht clean. Das heißt, er kriegt seinen vollen Brandschaden, also in dem Fall den vollen Aradia-Schaden, äh, voll ab. Was natürlich ganz gut ist. Und zusätzlich kriegen alle Verbündeten 60% Defensive für vier Züge. Also ein sehr schöner Supporter tatsächlich, der sich aber nur macht, wenn es Gegner sind, die halt mit negativen Effekten arbeiten. Wenn nicht, dann ist es nicht so fast. Dann ist sie nicht so gut. Da muss man halt gucken. Kann man jetzt leveln, ähm, ja, ist halt so ein Ding, ne? Wenn du sie in die Defensive stellst, dann arbeitest du halt nicht mit Leuten, die Statuseffekte machen. Ganz einfach, kannst du umgehen. Mitnehmen kannst du sie, wenn da welche sind, die viele Statuseffekte machen. Aber dafür extra einen Helden leveln. Ich level eher lieber einen Helden, der, äh, überall ohne Bedenken einsetzbar ist. So ein Zerstörer wie Daroga oder so. Ja. Aber, gut. Äh, es ist okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, von den drei Neuen ist Daroga tatsächlich, ähm, der coolste womöglich. Wobei Odile mit dem Tanz nervig ist. Ja. Das auf jeden Fall. So, das ist das Event. Dann kommt Eta Summon. So, und dann haben wir Soul Exchange. Ähm, so wie ich das sehe, sind schon beim Soul Exchange im, am 24. März, sind schon drei, ähm, bekannt. Und das ist bei 10 Utragan, meine ich. Bei 15 ist es Narcissa. Und bei 20 ist es Dr. Morrow im Kostüm. Ähm, das sind die Lilanen, die schon angeblich auch, ähm, zuverlässig, ähm, uns mitgeteilt worden sind. Ja. Würde ich jetzt wahrscheinlich in dem Fall womöglich eine Narcissa nehmen. Tatsächlich. Aber gut. Wir trudeln gerade noch mit dem Nachrichten. Ich muss gleich mal gucken. Nicht, dass das irgendwelche Updates sind von irgendwas. Also, ähm, sich da irgendwas geändert hat und mich die Leute hier updaten. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Und das einmal auch zum Soul Exchange. Und dann suchen wir unseren Super-Elementar-Helden, die Gaststille. Ja. Ähm. Ist Paladin und Mittel. Okay. Ja, mittlerer Held ist jetzt. Na, gucken. Alle Verbündeten kriegen plus 150% normalen Angriff, wenn, aua, das trifft nur zu, wenn der Gegner mehr Lebenspunkte hat als der Angreifer. Der Gegner mehr Lebenspunkte hat, aua, das hört sich stark nach einem Titan-Hit an. Also nach einem Titan-Helden. Der Effekt kann nicht aktiv in Kombination mit anderen Effekten werden, die, okay, die sich auch auf den Angriff beziehen, aua, okay, okay, alles klar. Normale Angriffe haben ein, also ein Maximum von plus 200% und so weiter. Effekt geht für vier Züge. Alle Gegner kriegen plus 50% erhöhten Schaden von Attacken und Special-Skills vom stärkeren Element für vier Züge. Okay. Ja, das ist ein 1A Titan-Held. Ne, das ist sowas wie Atalek, Miki und sowas alles, dass du da die Angriffe stacken kannst. Die boosten deine, deinen normalen Angriff, also den Steinschaden. Und er macht es in Kombination noch, dass halt alle Sachen auch von Specialen und von den Steinen, die reinkommen, 50% erhöhten Schaden machen. Also er ist praktisch eine Mischung aus einem Talek und einem Franz oder einem Miki und einem Franz. Er kombiniert so beide Aspekte im Endeffekt, sodass man sich theoretisch in Zukunft einen Franz oder einen Talek fahren könnte. Und ja, dadurch, dass er dann natürlich, dass das auch so ist für vier Züge, dass halt, na gut, das ist natürlich, es bezieht sich halt auf Special-Skills und Angriffe von dem stärkeren Element. Ne, also das heißt, roter Titan als Beispiel, du spielst mit blauen, weil blau starke Farbe auf rot ist und dadurch kriegst du halt diese plus 50% erhöhten Schaden dann noch. Das heißt, ihn mitnehmen und dann werden wir mal sehen, wie die nächsten mythischen Titanen laufen. Ne, da werden auch einige wieder für ihn dann beschwören. Also ich glaube, die Entwickler haben den mythischen Titan als Marktlücke gesehen. Mit den Goblins haben sie gemerkt, okay, da machen wir gut Geld mit. Ja, und jetzt bringen sie halt noch einen super Elementarhelden raus, der womöglich dann halt auch, ähm, ja, da sehr gut zum Einsatz kommen wird. Ähm, jo. Also von daher, äh, ist es ein Titanenheld, den ich jetzt nicht unbedingt tatsächlich brauche, wenn ich ehrlich bin. Also eine Mischung Miki, Franz, Talek, Franz, wie auch immer. So, dann haben wir legendäre, äh, Truppenbeschwörung am Ende vom, ähm. Okay, hier sind, hier sind Fehler drin, ne. Hier ist jetzt Februar 26, 29, das ist natürlich März. Hier ist nicht Februar bis 1. April, sondern 28. März bis 1. April. Ich sehe gerade hier, die, äh, Felder sind auch falsch. Hier ist Ultrox abgebildet, aber Galapagos steht. Also der Kalender, der muss nochmal überarbeitet werden, ja. Ähm, Gelad ist da, Forse steht da, Persa steht hier und, äh, Gestalt ist abgebildet. Hier haben wir wieder, dann, ähm, unerzählte Geschichten, äh, unerzählte Geschichten. Äh, Season 4 ist auch Ende März und Anfang April. Das heißt, unerzählte Geschichten und Unterwildnis kommen parallel gleichzeitig, ähm, Hulda, Gravegrusch und Morell. Die käme schon, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. So, jetzt lass mich mal eben einmal ganz kurz gucken, was da für Nachrichten reinkommen, ob da irgendwas... Ähm... Oh. Okay. War, war ein Bild von, ähm, von, ähm, jemandem, der, der aufhört mit dem Spiel. Das ist nicht gut. Ja. Also, wenn wir es jetzt mal so Revue passieren lassen, ja. Der super Elementarheld interessiert mich nicht wirklich. Okay, fällt raus. Aber fangen wir hier unten an. Ähm, Season 4, ne. Unerzählte Geschichten, kommt kein neuer. Interessiert mich also auch erstmal nicht, aber ich weiß auch nicht, wer vorgestellt ist. Äh, legendäre Truppenbeschwörung, ja, gegebenenfalls. Unerzählte Geschichten, äh, unerzählte Geschichten, ich bin völlig durch, ey. Ähm, super Elementar. Nein. Soul Exchange, ja, werden wir sehen, was da dabei rumkommt. Ja, was haben wir denn bei einem Parfümer? Ähm, Opernevent. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Haut mich nicht wirklich um. Ganz ehrlich. Ähm, vielleicht eine Kleinigkeit, aber nicht der Rede wert, wenn überhaupt. Ähm, gehen wir hier mal eben weiter. Ähm, saisonales Event interessiert mich auch nicht. Sind auch die Heldenmünzen, also das läuft außerturlich, ne. Ähm, ja, Goblins. Ja, würde ich eigentlich gerne abschließen. Ähm, also abschließen im Sinne von, dass ich Pepper, Fiskol, Dunkelfeder, einen von denen kriege. Ähm, ich vergesse immer den vierten, der mich aber auch interessieren würde. Ähm, also, ähm, wenn einer von denen dann auch bei rumspringt, irgendwie wäre das ganz nett. Äh, aber so würde ich dann erstmal auch warten, bis dann wieder neue Goblins kommen, ne. Also, hier werden wir versuchen, Dunkelfeder, ganz geil, Pepper, ganz geil. Na, die würden mich schon weiterbringen, sagen wir mal so. Äh, Valhalla, nichts für mich dabei. Eulenturm, keine Ahnung, kommt drauf an, was da kommt. Ähm, Atlantis, nichts. Kostümkammer, yo. Duns, schon geil. Ja, kann ich nicht anders sagen. Also, da würde man tatsächlich, würde ich tatsächlich mal gucken wollen. Äh, Thun, Richard, wäre ganz cool. Thun, June. Und vielleicht ein paar Vierer oder Dreier, die da auch als Thun rumlaufen. Also, ich glaube, Thun, ähm, da werden wir gucken. Da machen wir vielleicht eine Beschwörung. Äh, auch mit Juwelen. Die Juwelen werden für Kostümkammer und Goblins, wenn wir die nutzen. Ja, das ist, glaube ich, relativ sicher. Kostümkammer kommt jetzt zuerst. Also, werden wir da mal, ähm, dann zuerst beschwören. Je nachdem, wenn wir da was Neues kriegen, dann, ähm, hören wir dann da auf. Also, falls wir nach zwei Zehnern oder nach einer Zehner ein Fünf-Sterne-Kostüm kriegen, was wir noch nicht haben, hören wir da auf. Das reicht dann. Äh, und den Rest machen wir dann bei Goblins. Also, das wären so meine beiden Portale. Thunz und Goblins. Gegebenenfalls, gegebenenfalls, gegebenenfalls mal bei den Opernhelden gucken, aber nicht, äh, mit, äh, beiden Augen ganz wachsam so. Ne, also, das ist wirklich für mich Thunz und, äh, Goblins, wo es interessant wird. Den Rest, äh, ich werde kleine Angebote kaufen, die gut sind, ähm, so vom, vom Wert her. Aber mit Juwelen beschwören, ähm, nur bei den beiden Portalen. Es kann sein, dass wir bei, weiß ich nicht, bei den Eulen, äh, die Juwelen kaufen und dann, äh, sind da die tausend Münzen dabei. Dann nehmen wir die mit, ja, und hauen die dann bei den Eulen am Kopf. Aber nicht, dass ich da aktiv, äh, Münzen, äh, kaufe, um dann bei den Eulen zu beschwören. Das glaube ich nicht. Außer da ist halt irgendein ganz, ganz krasser dabei. Aber passt nicht zu meinem Fokus. Deswegen würde ich sagen, Fokus, diesen Monat Thunz und Goblins. Ähm, die legendäre Truppenbeschwörung, da könnte man überlegen, ob man die dann in den nächsten Monat schon vom Budget her zieht. Ähm, die würde ich jetzt gar nicht erstmal so nehmen. Aber ich muss auch dazu sagen, legendäre Truppenbeschwörung hält sich auch jetzt erstmal in Grenzen tatsächlich. Weil ich hab nicht mehr so viele, äh, Truppen, die ich, äh, verleveln kann tatsächlich. Also ich hab mehr 5-Sterne-Truppen im Moment da liegen, als ich leveln kann. Und dann macht's auch keinen Sinn, sich da neue zu holen, ne? Äh, ich hab zwar noch meine 150 Truppenmünzen, aber ich glaube, Ninjas werden nicht mehr kommen. Ähm, ich hab ja gehofft, als Tame Tomo jetzt wieder kam, dass da irgendwie die Ninjas aufleben. Aber die Eulen sind wohl immer noch, äh, interessanter für die Entwickler. Deswegen, ja, schwierig. Aber so an sich, ähm, werde ich bei den Thunz und bei den Goblins machen. Und freue mich auf nähere Informationen zum Soul Exchange. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Also bei Narcissa und, äh, Moreau im Kostüm, ja, würde ich wahrscheinlich Narcissa nehmen. Als Barde ist seltener als, ähm, Dr. Moreau im Kostüm, der bei Unterwildnis jeden Monat kommt. Aber ich hoffe halt hier auf irgendwas Geiles. Also für 20 ist Moreau das nicht wert. Das kann man schon mal so sagen. Narcissa mit 15 ist gut, finde ich. Äh, weil Bardin und sowas boostet ein bisschen noch Mana durch ihre plus 5% als, äh, Familienbonus. Ja, den Rest wird man, wird man erstmal so sehen, was dabei rumkommt. Okay, gut. Ja, lasst mich gerne wissen, ähm, was euer Fokus sein wird, worauf ihr euch freut. Und, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.